Ennio De Giorgi, Stern 8. Februar 1928 in Lecce, 25. Oktober 1996 in Pisa, war ein einflussreicher italienischer Mathematiker. Er leistete entscheidende Beiträge auf dem Gebiet der Minimalflächen, der Variationsrechnung und partielle Differenzialgleichungen. Er ist unter anderem bekannt für seine Beiträge zur Lösung von Hilberts 19. Problem. Untertitelung des ZDF, 2020